Mama-Tochter Duo hatte Lebensmittelvergiftung. Endlich haben die Restaurants wieder offen. Die Corona-Lockerungen haben auch Elena Miras, 29, und ihre Tochter Eilen, 2, genutzt, allerdings mit schlechten Erfahrungen. Nach einem Besuch beim Italiener erlitten beide eine Lebensmittelvergiftung und mussten mitten in der Nacht ins Krankenhaus. Wie es ihnen jetzt geht verrät der Reality-Star im Video. Elena. Ich wurde auch ohnmächtig, also. Es war echt eine schlimme Nacht. Oh Gott, beginnt Elena Miras, die immer noch sichtlich gezeichnet ist und eine Bandage um ihr Handgelenk trägt. Nach dem Verzehr einer Pizza musste sich die 29-Jährige sofort mehrmals übergeben. Dann hat Eilen auch noch angefangen zu brechen um 3 Uhr morgens. Und ja, ich musste dann ins Krankenhaus, weil ich wurde auch ohnmächtig und alles hier zu Hause. Und wir hatten einfach eine Lebensmittelvergiftung. Elena Miras scheint aktuell eine Pechsträhne zu haben. Nicht nur, dass sie gerade erst beim Versuch des Stand-Up-Paddlings einen üblen Bauchklatscher hinlegte. Vor wenigen Wochen musste sie sich einer Operation unterziehen, da das Silikon in ihren Brustimplantaten möglicherweise krebserregend hätte sein können. Bleibt zu hoffen, dass bald wieder etwas Ruhe in das Leben des Reality-Stars einkehrt.